Einen wunderschönen, da bin ich jetzt schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zum neuen Angezockt. Wie ihr seht, ohne Kamera. Das heißt, wir nehmen mit HDR auf. Das ist jetzt auch schon das dritte oder vierte Mal, dass ich versuche, dieses Video aufzunehmen und immer kackt mir bei etwa 45 Minuten mein Aufnahmeprogramm weg. Keine Ahnung, was da los ist. Jedenfalls wollen wir Bluey, das Videospiel spielen. Speicherte Spiele, Ton, Sprache, Steuerung. So, Ton hatten wir ja alles schon eingestellt. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Ihr könnt vier Charaktere auswählen. Mom, Dad, Bluey und Bingo. Die Originalstimmen sind sogar vorhanden von Mom und Dad. Bluey und Bingo bin ich mir nicht sicher. Meine Tochter hat aber nicht gemeckert, also wird es die Originalstimmen sein. Sie darf ja kein Videospiel spielen, aber sie darf mir zugucken und mich unterstützen. Mama möchte ja lieber, dass sie halt mit richtigem Spielzeug spielt. Ihre Worte. In den ersten vier Levels, also ich mache jetzt das vierte Level. Also dreimal habe ich schon aufgenommen. Dreimal, genau. Wir machen jetzt das vierte Level. Da gibt es immer ein Minispiel am Anfang. Also Story ist halt so logischerweise wie bei Bingo. Geht etwa so fünf bis zehn Minuten, die Story. Und danach kann man dann Sammelsachen suchen. Seht da gleich. Und fängt auch dann so an, dass die Story hat einen Namen. Der steht dann da und ein Icon, was oben drüber ist. Genau wie in den Bluey-Folgen. Wie gesagt, ihr könnt den Charakter auswählen. Und am Anfang von den ersten vier wird ein Minispiel gespielt, was danach dann natürlich freischalten wird, dass man das immer wieder spielen kann. Das hat auch Platin, das Spiel. Scheint auch relativ einfach machbar zu sein. Und in jedem Level gibt es halt, kriegt er halt dafür, dass er die Macht hat, die Story kriegt er was. Und dann da innerhalb des Levels, zum Beispiel Trampolinspringen im ersten Level, wenn man dann eine Weile Trampolinspringen kriegt, man dann was. Blumengießen, wenn man eine Blume gießt oder mehrere Blumengießen kriegt, man dann was. Und dann halt die Sammelsachen, die man in dem Level findet. Das zeige ich euch aber gleich. Dafür muss man dann halt abschließen, dann gibt es dann auch nochmal was. Also wenn alles fertig ist. So, wir wollen Bluey machen. So, und wir spielen gerade Einfrieren. Ja, Opa ist definitiv eingefroren. Jetzt üben wir ihn aufzutauen. Nochmal! Schon wieder? Damit wir die neuen Regeln wirklich können. Oh, na gut, Kinder. Gut gemacht. Opa ist schon wieder eingefroren. Wedeln wir seinen Schwanz, um ihn aufzutauen. Mir gefallen die neuen Regeln. Das habe ich mir gedacht. Die nächste Runde sitze ich aus. Von all dem Einfrieren und Auffahren bricht mir noch der Schwanz ab. Jetzt sind Mama und Dad dran. Wie schön. Wie schön. Ja, wie schön. Ich liebe die neuen Xenophon-Regeln. Aber können wir jetzt zum Bach gehen? Was ist so besonders an dem Bach? Da ist ein Schatz vergraben. Oh, Schatzsuche, was? Ich helfe euch dabei. Echt? Wie steht's mit der Ausrüstung? Oh, Ausrüstung für die Schatzsuche? Vorbereitung ist immer das Beste. Ihr braucht eine Schaufel, Insektspray und ein paar Müllsäcke. Dad, wofür in aller Welt brauchen wir Müllsäcke? Falls es regnet. Wenn ihr alles habt, treffen wir uns am Briefkasten. Na dann, ihr habt Opa gehört. Lasst uns die Ausrüstung holen. Hurra! Als erstes gehen wir in die Küche und holen die Müllsäcke. Ihr seht auch den Pfeil. Wir können noch Charakter jederzeit auswählen. Wir haben hier auch, jetzt gerade nicht, aber so Sachen liegen. Dass wir halt Klamotten wechseln können, also Hüte. Hier, mit einem Hocker kommen wir dran. Ach, komm. Sie wird im Garten sein. Alle nachts draußen. Hier sieht das abgesperrt. Normalerweise kann man da lang. Wenn das hier gleich, die Story gleich vorbei ist, dann könnt ihr auch sehen, dann kommen wir zum Sticker-Album und dann, weil jetzt sieht man es nicht. Das steht hier nirgendwo. Wenn man sich auf die Story ja konzentrieren soll, logischerweise. Finde ich aber gut gemacht. Oh, da kommen wir aber nicht. Wo ist die Schaufel? Warum ist die bloß ganz da oben? Wir haben einen Berg gebaut. Für die Teppichinsel. Na gut, dann müssen wir die Berghänge hochspringen, um an die Schaufel zu gelangen. Hurra! Okay, Säcke und Schaufel. Wir sind bereit. Moment. Das ist nervig, dass halt hoch, runter, hoch, runter, also das man sich nicht gleich... Na, beinahe. Wie im richtigen Leben. Da ist es. Wie kommen wir da ran? Wir springen auf unseren Betten immer höher und greifen danach. Aber seid vorsichtig, Jan. Ich gehe einfach da lang. Okay, können wir jetzt zum Bacht gehen? Mal sehen. Müllsäcke, Schaufel und Insektenspray. Wir sind bereit. Juhu! Gehen wir zu Opa. Auja! Noch nimmt's auf. Das Kuriose war ja auch, dass der halt einfach so Standbild hatte und ich konnte das nicht mal beenden, dass die Videodatei vielleicht halt halbwegs neu gerettet werden kann. Wie war es? Habt ihr alles gefunden? Haben wir! Prima. Lasst uns den Schatz suchen. Auja! Das ist der Bach, was? Fast wie das Gestrüpp, in dem du gespielt hast, Chili. Stimmt. Weißt du, wo es lang geht? Hm. Ah, seht ihr den Baum dort? Wir müssen hier entlang. Los, los! Moment, ihr zwei! Seid bitte vorsichtig, ja? Nehmt euch vor Grillion, Füßern in Acht! Hey, die gibt es gar nicht. Also los, ich gehe voran. Passt alle auf, wo ihr hintretet. Aber er weiß doch gar nicht, wo es lang geht. Ich hab die Karte. Komm, versuchen wir mitzahlen. Komm, Bingo! Oh, was haben wir denn hier? Ein Stock, ne? Nehmen wir mal mit. Opa hat eine Abkürzung über den Bach genommen. Aber da können wir nicht lang. Das Wasser ist zu tief. Hm. Wir müssen stattdessen am Bachufer bleiben. Hm. Wir müssen über ein paar Steine hüpfen. Es ist zu weit. Vielleicht können wir den Stein wegrollen. Gute Idee. Jetzt können wir auf die Trittsteine springen. Passt auf die Gletschigen auf. Hm. 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 Ist auch eigentlich alles machbar. Boah. Hier ist wackelig. Wir müssen über den Stamm zum nächsten Stein springen. Gehen wir. Vorsichtig. Außer so ein paar Sammelsachen so im ersten Level und im ersten und zweiten. Gut gemacht, Leute. Da müsste man dann den Kind vielleicht ein bisschen unter der Arme greifen, wenn man da irgendwo abspringen muss oder so. Aber sonst eigentlich alles gut machbar. Bereit, Bingo? Ja. Oh, jup. Da seid ihr ja. Ihr habt wohl einen Umweg gemacht. Immer schön langsam, Mort. Kommt weiter. Wir müssen dem Pfad durch die Bäume dort folgen. Aber weiß er, wo wir hin müssen? Okay, wir sind fast da. Oh, nein. Mücken. Mücken. Schnell das Inseckenspray. Ja. Wir retten dich, Opa. Hey, danke für die Rettung. Was ist da vorne? Dreck. Der Bach ist... Was ist damit? Um diese Gegend hat sich wohl lange niemand mehr gekümmert. Schade. Dabei war der Bach früher ein so schöner Ort. Tja, da bleibt uns wohl nur eins übrig. Kommt schon, der Schatz kann noch ein wenig warten. Was sollen wir machen? Wollen wir da am Trockenen anfangen? Sieht aus, als wäre das Wasser gestallt. Jetzt müssen wir diesen Müll beseitigen. Sollen wir links vom Bach mit dem Müll anfangen? Gut, dass wir die Müllsäcke haben. Ich halte den Sack auf. Ihr nehmt das Zeug und werft es rein. Hier sieht es schon viel besser aus. Seht euch den Spa-Bereich an, Kinder. Da ist noch mehr Müll aufzusammeln. In diesem Sack ist noch Platz. Ich warte dort. Ihr könnt mir den Müll zuwerfen. Komm schon. Falsche Richtung. Da lang. Jetzt ist es hier schön. Ja, das ist es. Gut gemacht allerseits. Irgendwie sieht es hier vertraut aus. Es erinnert mich an... Oh Mann! Das ist der Ort! Was? Wir sind da? Wir sind fast da! Echt jetzt? Echt jetzt! Hurra! Wir müssen noch ein kleines Stück in die Richtung. Kommt schon. Hier entlang. Da oben. Dad, es ist zu hoch. Das sind einige Steine. Ihr könnt euch doch aus Stufen bauen. Gute Idee, Dad. Kommt. Machen wir es. Geschafft! Wohin jetzt, Bandit? Hier entlang. Kommt! Da ist ein Stein im Fluss. Der hilft beim drüberspringen. Ja! Hoffentlich wackelt er nicht. Wir sind fast da! Ihr seht doch, es sind wirklich kleine Etappen. Wie kommen wir da rüber? Mit vereinter Muskelkraft. Kommt schon! Alle zusammen! Wir schieben alle gemeinsam! Ja, Dad! Na, komm! Ach so, schieben. Ich glaube, gezogen. Geschafft! Hurra! Puh, das war schwer. Kommt, nur noch um diese Ecke. Wir müssen nur noch das Wasser zu dieser Insel überqueren. Du sagtest doch, wir wären fast da. Ja! Wirst du sehen? Das sind die besten Fähren. Noch nicht. Aha! Hier ist was! Seid ihr bereit? Das ist kein Schad, bloß eine schmutzige alte Puppe. Das ist eine Actionfigur, keine Puppe. Das ist Superkerl, unser absolutes Lieblingsspielzeug. Warum habt ihr denn euer Lieblingsspielzeug vergraben? Das mussten wir. Superkerl war nämlich die tollste Actionfigur weit und breit. Aber wir mussten ihn uns zu dritt teilen. Und habt ihr? Nicht sehr gut. Wir haben darum gestritten, wer mit ihm spielen durfte. Ständig. Meist haben ich oder Red gewonnen, weil wir die Ältesten waren. Das ist unfair. So sind Brüder nun mal. Eines Tages gab es richtig Zoff. So sehr, dass unser Dad damit gedroht hat, uns Superkerl wegzunehmen. Was habt ihr gemacht? Wir beschlossen, Superkerl zu verstecken, wo ihn niemand finden würde. Wir machten eine Karte und teilten sie auf. Später wollten wir zurück und ihn ausgraben. Aber das haben wir wohl vergessen. Es war Weihnachten. Wir bekamen neues Spielzeug. Ich würde mein Spielzeug nie vergessen. Vermutlich nicht. Aber ihr müsst zugeben, der Schatz ist ziemlich cool. Wartet, bis ich ihn Stripe und Red zeige. Macht euch startklar, Leute. In fünf Minuten geht's ab zum Strand. Oh ja! Bingo! Hast du ans Zähneputzen gedacht? Oh, hab's vergessen. Okay, wir machen ein Rennen ins Badezimmer. Komm! Ja! Was ist los, Louis? Seit wir am Bach waren, bist du so still. Naja, wir haben die Ferien verschwendet, einen Schatz zu suchen, der gar keiner war. Bloß ein blödes, altes Spielzeug. Tut mir leid, Kleiner. Das sind die blödesten Ferien aller Zeiten. Nicht jeder echte Schatz glänzt oder ist aus Gold. Das wertvolle daran sind die damit verbundenen Erinnerungen. So wie ich und Bingo beim Ballon jonglieren. Oh ja, der Park! Ich machte dein Kostüm, Dad. Ja, ja. Das war einmal Episode 1, 2. Es ist Quatschimax! Und Episode 3. Weil wir sind ja jetzt in Episode 4. Und ich kann mit großen Sprüngen über den Fluss. Und Episode 4, ja. Ich bin froh, dass du dein Lieblingsspielzeug zurück hast, Dad. Danke, Bluey. Auf dieser letzten Seite sind keine Bilder drauf. Ja, die heben wir uns für heute auf. Was meinst du? Bereit für den letzten Ferientag? Ja! Gekkolein! Du hast es geschafft! Da ist ein Runter. Ja! Na dann, auf zum Strand! Au ja! Bluey, das sind die Belsenferien aller Zeiten! Au ja! Hehehehe! Klasse gemacht! Du hast die Episode abgeschlossen. Jetzt kannst du magisches Xylophon spielen. Und jetzt habe ich alle vier Minispiele. Gefunden? Den Schatz! So, haben wir denn jetzt... Ach, jetzt sind wir im nächsten Kapitel schon. Ne, hier ist alles frei. So, das ist jetzt zum Beispiel so ein Sticker. Ihr seht, ich habe schon... die drückt man jetzt hier nicht weg. Links sind jetzt die verschiedenen Episoden. Ja, wenn wir jetzt auf Sticker albumieren, können wir die Episoden halt wahrscheinlich nochmal spielen. Wir haben rechts halt, wo wir jetzt sind. Also wir müssten halt nochmal zum Wald und jetzt sind wir ja am Strand und da jeweils drei Zeitungen, drei Tortenstücke, drei Blätter mit Gesicht und drei Hockeysteiger ergibt dann natürlich ein Gesamtfoto. Und links war eigentlich die Langkarte, die man halt in Kapitel 1, 2 und 3 sucht. Und links herum, weil es bunt ist... Oh, mein Controller ist schwach. Das, was bunt ist, ist... sind Sticker, die man findet oder beziehungsweise Kuscheltiere, wenn man sie findet, die leuchten dann auch so, glitzern dann so, dass die dann halt zum Sticker werden. Ihr seht, es ist jetzt nicht mehr so viel. Und dadurch schaltet man dann halt, wie ihr seht, verschiedene Mützen frei. Beziehungsweise auch Schmetterlingsflügel. Wo habt ihr das Sticker-Album gelassen? Und da hinten ist ohne Zeitung, aber ich will erstmal noch hier, zack. Eins von drei Zeitungsstücken. Und man kann auch die Level alle wieder holen und nochmal machen. Kann man hier vielleicht was drehen? Kann man noch woanders hin, nicht, dass wir können was vergessen. Oh, ein Wikinger-Helm kriegen wir als nächstes. So, dann muss ich erstmal hier hin. Zack, ein Stück Torte. Klub. Ja, reicht noch nicht, Jans. Aber da haben wir noch einen Ball. So. Wow, du hast einen Sticker bekommen. Das ist fantastisch. Und jetzt haben wir den Wikinger-Helm freigeschalten. Oh, ich muss auch aufpassen, wie lange ich mit der Zeit bin, nicht, dass er wieder hin bleibt. So, hier ist das Sticker-Album. Das ist in jedem Level mehrere. Alle paar Meter. Sieh nur die Erinnerungen, die aufgetaucht sind. Wähle eine Erinnerung, um das Abenteuer zu wiederholen. Versuch's mal. Du kannst jetzt diese Sammelstücke am Bach suchen. So. Du kannst jetzt diese Sammelstücke am Strand suchen. Wohin willst du gehen? Das ist dann halt das, wo wir am Bach sind. Und da kann man hier oben. Das kann man dann halt nochmal neu machen. Aber man kann auch hier oben. Da kann man zum Strand reisen. Oder zum Bach reisen. Wollen wir jetzt natürlich nicht. Und hier haben wir dann... Oh, eine Pirat-Mütze. Hier haben wir jetzt... Wir können doch die Charaktere auswählen. Ihr müsst halt nicht mit den gleichen Spielen. Und da ist dann halt so Quietsche. Dann gibt's noch so ein Ding, wo man Spielzeug dann... bekommen kann. Die Mützen eigentlich am größten Teil schon freigeschalten. So. Dann nochmal... Mom. Und Bluien. Ach Quatsch. Bingo noch nehmen. Also hier oben sind auch irgendwo Schmetterlingsflügel. Genau. Das sind die einzigen Sachen, die kann man doppelt machen können. Also praktisch Helm und Schmetterlingsflügel. Und hier haben wir dann halt auch noch das Spielzeug, was wir uns dann auswählen können. Das sind die ganzen Stickers. Ja. Und dann halt hier noch mehr. Hier oben ist dann halt das Blatt. Da muss man die Mini-Spiele nur noch ein paar Mal spielen, dass ihr sie doof hat. Guck mal, hier haben wir dann so ein bisschen den Schwäger. Also es macht wirklich echt Spaß. Vor allen Dingen für kleinere Kinder ist sie super geeignet. Und mit drei könnt ihr dann halt praktisch die Mini-Spiele auswählen. Der Boden ist Lava, das geht halt natürlich nur auf den Spielplatz. Oder zu Hause, glaube ich, auch. Und hier kann man dann halt auswählen, welches Mini-Spiel man spielen will. Es ist wirklich super aufgebaut. Auch wirklich in kleinen Etappen. Für kleinere Kinder ist es ja auch gemacht. Mir persönlich gefällt es sehr gut. Meiner Tochter gefällt es sehr gut. Ja, ich hoffe, was euch Spaß gemacht hat. Wenn es euch Spaß gemacht hat. Däumchen wären Träumchen. Wie gesagt, es gibt für PS4 und PS5. Ich weiß gar nicht, ob man die Einzelnen kaufen kann, die Spiele. Oder halt nur als zusammen. Weil ich habe eins und das war halt dann beides. Ich weiß aber nicht, ob man auch Einzelnen findet im Shop. Also wenn ihr halt auf PS4 habt, über die PS4 reingeht oder so. Und die PS4-Version, also nur da steht oder so. Dann am besten online über die Webseite gehen. Ich gucke mal nachschnell. Weil manchmal hat man ja, dass es nicht angezeigt wird. So. Da wird dann halt nur die PS4-Version. Auf der PS4 angezeigt und wenn man später PS5 hat, geht es nicht. Es gibt nur eine Version. Das ist die PS4 und die PS5-Version. Momentan 20% Rabatt, also 31 Euro. Ich bin extra nicht eingeloggt und sehe die Preise nicht weg, wenn ich eingeloggt bin. Hat auch eine sehr gute Bewertung. Und wenn ihr das kauft, habt ihr das für PS4 und PS5 und könnt dann halt so mit Doppelplatin machen. Einmal auf der PS4 spielen, einmal auf der PS5 spielen. So. Nichtsdestotrotz soll es das jetzt gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.